Schon mal einen Apfel mit bloßen Händen zerteilt? Ich wollte es ausprobieren und nach einer kurzen Recherche stellte sich heraus, es ist nichts dabei. Alles was ihr dafür tun müsst, ist den Apfel mit beiden Händen zu nehmen. Eure Finger habt ihr an der unteren Seite des Apfels, eure Handballen an der oberen Seite, mit denen wir Druck ausüben und somit den Apfel aufhebeln. Eigentlich müsst ihr nur auf zwei Sachen achten. Ihr braucht definitiv den richtigen Apfel, umso kleiner, umso schwieriger und dass ihr den Apfel richtig aufhebelt. Und was mache ich jetzt mit den ganzen Apfel? Für mehr solcher Videos folgt gern diesem Kanal. Na dann viel Spaß beim Apfelteilen, tschüss!